David erlebte die tiefste Stunde seines Seins dort in der Höhle von Adulam. Kennst du eine eigene Höhle Adulam? Das Gefühl, es ist keiner da. Das Gefühl, du betest und Gott hört nicht. Wo es keine Hoffnung mehr gibt, nur noch Dunkelheit, nur noch Angst, nur noch das Gefühl, ich bin total allein, ich bin total verlassen. Das Gleiche hat Gott erlebt. Es gibt keine Dunkelheit in dieser Welt, die du erlebst, keine Verzweiflung, die Gott nicht mit dir erlebt. Er kann es, denn er ist ja der Gekreuzigte. Ja, er kennt das Gefühl des Schreis, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, warum bin ich nur so einsam? Du bist in deiner Verzweiflung, auch in deiner hoffnungslosen Frage, warum, nicht allein, weil Gott mit dir da ist.